äh, ja, komm, spielen wir noch eins, der Typ gefällt mir auch, wenn er mich die ganze Zeit platt macht aber, komm, wir spielen nochmal das Remazuri-Deck wir holen uns ja eine Niederlage nach der anderen, aber so muss das ja auch sein bei M-M-M-Magic so, was haben wir hier? ja, nehmen wir einfach mal der gute, der Remazuri-Schwarmfürst hm, schöne Karte irgendwann haben wir noch eine Mana-Zieh-Karte, aber wir könnten trotzdem noch so ein weißes Mana gebrauchen und da kommt der Feuerwanderer Slyth, Kretur Slyth, Eile immer wenn der Feuerwanderer Slyth einem anderen Spieler Kampfschaden zufügt, legt er eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke auf ihn oh, ist er fast so wie der Schlamm nur, dass der Schlamm ein bisschen geiler ist der hat natürlich Eile, das ist natürlich ein Nice ah, ist eine geile Karte er hat die Decks hier aber auch schon freigespielt, glaube ich ah, da haben wir keine Chance so, wir müssen jetzt erstmal ihn hier spielen und wir holen uns ein Rotes ein Rotes, meine ein Rotes, und da kommt der Slyther der Slyth, der alte Kollege wo bleibt er? da ist er, wieder 2-2 wir haben natürlich hier diese Karte auf der Hand mit der wir ihm irgendwann ausschalten können hm, mal gucken mal gucken, was wir machen wir spielen jetzt natürlich erstmal ihn genau so wie sich das gehört ach, wir hätten ihn das doch jetzt sogar schon spielen können hm, aber ich weiß nicht die Karte ist natürlich geil macht uns gerade ganz schön viel Schaden aber hm da hätten wir vielleicht gerade schon exilieren sollen hm, ich weiß nicht ganz genau, was jetzt kommt der Goblin Brandstifter wenn der Goblin Brandstifter stirbt, kannst du ihm einer Kreatur oder einem Spieler in der Wahl einen Schadenspunkt zufügen lassen hm natürlich ganz nett mit seiner Pyramide auf dem Kopf so hm wir haben ja jetzt Doppelschlag das heißt, wir können seinen Typen totblocken, wenn wir möchten oder wir spielen den noch dann hat ja, wir spielen den noch dann hat der Typ 2-4 dann können wir ihn beiden blocken von uns stirbt aber nur einer das können wir ja, das machen wir noch einfach da wir ja zwei von denen haben geht das nö, nö, wir wollen hier nicht attackieren wir behalten die Wonser exilieren hier was ist denn nicht exilieren? das ist ja der Pazifismus hier was wird das denn, Kollege? nicht mit Wilson nicht mit Wilson komm, er hat doch jetzt keine 4er Damage Cast auf der Hand, oder? natürlich hat er ihn auf der Hand äh frech oh, jetzt kriege ich die Unzerstörbarkeit, ne? hm hm wir können leider nicht mehr Damage von ihm kassieren deswegen müssen wir den hier jetzt erstmal wegmachen leider kostet das so viel die Unzerstörbarkeit ist natürlich geil, gerade gegen seinen Deck ist das natürlich ziemlich geil naja, greift er jetzt natürlich mit dem Mainz Einser an der hat keine Kreatur mehr auf der Hand da kommt die jetzt noch hm, anscheinend hat er keine Kreatur auf der Hand so, wir spielen jetzt natürlich ähm hm ich denke, wir spielen erstmal ihn oder? können wir ihn 3 und 4 ne 3 und 4 können wir nicht spielen spielen wir erstmal ihn vielleicht hat er jetzt nämlich noch einen Brützelcast auf der Hand und dann möchte ich lieber, dass er den an ihm vergeudet anstatt an unserem schönen Doppelschlag-Remasuri denn der soll uns ja gleich alles retten der gute Knochen-Sensen-Remasuri mit seiner Knochenhand ah, da ist er doch schon der Flammenzauber, oder? na klar, ne? Flammen ist Hilfskorb fügt 3 Schadenspunkte zu ja, genau das habe ich mir doch schon sowas gedacht wenn er 5 Karten auf der Hand hat 4 Mana draußen hat und keine Kreatur spielt dann müssen wir ja ordentlich Kast auf der Hand haben der Remasuri-Schwarmfürst Kollege so, wir spielen das hier holen uns erstmal ein Mana jetzt holen wir uns ein grünes ein grünes so, wir können jetzt immer noch nicht beide spielen die Unzerstörbarkeit 4 und 2 aber wir haben immer noch einen zu wenig spielen wir erstmal ihn wir brauchen hier auf jeden Fall genug Mana und er muss uns hier erstmal alles wegputzeln er soll mal ruhig seine ganzen Damage-Casts hier verbrauchen das wäre mir schon ganz recht nö, nö, nö dann stirbt er hier ja gleich das wollen wir nicht das wollen wir nicht Kollege ach, da ist er hier den Fackel-Unhold opfere den Fackel-Unhold zerstöre ein Artefakt deiner Wahl aber wir haben noch gar kein Artefakt du mit deinem Fackel-Unhold oh, wir haben ihn das ist natürlich schön das heißt, wir können ihn spielen 3, plus 1, plus 1 und wir könnten die Unzerstörbarkeit spielen hm ne dann hm wir spielen erstmal nur ihn ach, und wir können ihn auch noch spielen ah, müssen wir machen, leider müssen wir machen in der Hoffnung, dass er keinen 3-3er-Cast auf der Hand hält machen wir jetzt erstmal ein bisschen Schaden da kommt der Fackel-Unhold ach ja, das ist ein Artefakt ha, ha, ha stimmt ja ah, nice, ja das war gut das war wirklich klasse boah, der viele Karten auf der Hand wenn jetzt ein verter Drache kommt flippe ich aus der Entferno-Titan erhält plus 1, plus 0 bis zum Ende des Zuges immer wenn der Entferno-Titan ins Spiel kommt oder angreift fügt er 3 Schadenspunkte zu deren Aufteilung auf 1, 2, 3 Ziele deiner Wahl die Kreaturen unter der Spieler sein können du bestimmst okay, der geht natürlich hart ab jetzt kriegen wir erstmal 3 Schaden oh, jetzt ist unser Doppelschlag-Remasuri natürlich auch direkt weg äh man der Migi, der regt mich ganz schön auf der zeigt uns hier mal richtig wo der Hammer hängt ja, komm mach einen Schaden aber ich kassiere so viele Losses bis ich äh eine Win habe sorry äh so, wir defeln jetzt wir überleben ja jetzt nicht ganz so lange wenn er immer 3, 4 Schaden macht mh 3 Runden oder so 2 Runden so, Inferno-Titan macht jetzt 3 Schaden auf uns ja, wir blocken ihn jetzt natürlich der hat ja keinen Trampelschaden so ich hätte jetzt gerne mal ein Exilieren hätte ich jetzt gerne äh fliegend immer wenn ein Gegner Schaden zugefügt wird der kein Kampfschaden ist der hält Chandra's Feuerspucker plus 3 plus 0 bis zum Ende des Zuges der ist natürlich auch nice hm ja, wir ziehen Mana das ist ja wieder ein Traum so, wir sind schon wieder tot man, wir haben doch ihm nicht mal einen Schaden gemacht er hat uns total platt gemacht nett, nett, nett von ihm muss man schon sagen so, da greift der Inferno-Titan wieder an Inferno-Titan ich gebe dir auch gleich Inferno Inferno auf deinen Poppes ja, komm ran mach mich tot und er hat schon wieder gewonnen mii oh jetzt bin ich ja ein bisschen frustriert da kommt die Frustration richtig durch tschüss bis tänn